Meine lieben Charakter-Freunde, ich werde euch heute etwas mit den Hüften zeigen. Eine neue Übung, wie man die Hüfte einsetzen und auch mal spüren. Von hier aus auch wieder in die Kamikamaten, die Kraftposition. Und von hier aus versuchen, mit direkten Vorderhand den Kopf, also die Hüfte hier vorne zu bewegen. Von hier aus umsetzen, die Hüfte auch noch führen. Und ohne dass man davon jetzt lupft, 45 Grad. Da hinten, über die Setzung und in die Gerge zutiefen. Und jetzt wieder nach vorne setzen. Neumal. Von hier aus. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wieder nach rechts. 1, 2, 3, 4. Da hinten, da hinten, nach vorne. Seite, 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 nach vorne. Dünn, da, die Hüfte. Einsetzen, einsetzen. Gut. Habt euch Spaß. Danke für noch ein Schatten. Bis zum nächsten Mal. Ich hab dichomin Shout. Vielen Dank.